Die Elektromobilität bei Volkswagen startete so ein bisschen, ja wie soll man sagen mit Hindernissen, denn das Elektroauto war nicht so ganz fertig, was die Software anging, dann gab es Prügel von den Journalisten über die Qualität oder Materialien und jetzt steht aber hier der Volkswagen Golf unter den Elektrofahrzeugen, nämlich der VW ID.3 und den möchte ich mir mit und für euch heute einmal genauer anschauen. Wir wollen wissen, hat er die Prügel zurecht bezogen, wie ist das Thema mit der Softwareproblematik hier im Tester gelöst und wir schauen uns den Wagen klassisch an, Innen-Außen-Platzverhältnisse, wir fahren ihn und am Ende gibt es wie immer ein Fazit, so wie die Preise und meine persönliche Meinung zum Volkswagen ID.3. Wenn euch das Ganze interessiert, würde ich mich freuen, wenn ihr dran bleibt, vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, das Ganze zu liken und vor allem auch zu kommentieren, damit wir am Ende von diesem Video miteinander über den ID.3 diskutieren können. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Mit einer sehr freundlichen Maske starten wir einmal hier die Frontpartie uns anzuschauen vom ID.3. Mir gefällt die richtig gut, hat so ein bisschen was Asiatisches, wie ich finde. Vor allem, wenn man dann diese Tagfahrlichter anschaut, hier von den optional erhältlichen IQ Light Scheinwerfern, das sind Matrix LED Lichter. Dann gibt es hier noch die Lichtleiste, die das Volkswagen Logo in der Mitte dann auch noch verbindet. Dann haben wir hier in der Mitte unten drunter eine aktive Lüftungsklappe, die öffnet dann, wenn der Wagen am Schnelllager da steht und ihm das Ganze etwas zu warm wird, um den Akku noch ein bisschen genauer zu kühlen. Ansonsten ist die Frontmaske ja vorwiegend komplett geschlossen. Hier unter der Haube befindet sich eine Wartungsklappe, denn der Motor sitzt an der Hinterachse. Wir haben einen Heckantrieb hier verbaut. Dann kommen wir zur Seite. Der VW ID.3 ist 4,26 Meter lang und 1,57 Meter hoch und damit 3 Zentimeter länger als der Golf 8 und 8 Zentimeter höher als der Golf 8. Und diese Höhe, glaube ich, erkennt man sehr gut im Seitenprofil. Das wirkt so ein bisschen vanartig. Das liegt auch daran, dass eben die A-Säule zweigeteilt ist mit dem Dreiecksfenster. Wir haben sehr viel Blech hier an den Türen und große Fensterflächen. Das schaut schön aus. Unten der Schweller ist auch so ein bisschen bläulich und nicht komplett schwarz. Dann haben wir hier die aufpreispflichtigen 20 Zoll Leichtmetallräder mit 215er breiten Reifen. Am Heck dann sehen wir schon wieder ein ganz anderes Design in meinen Augen. Vorne eher ein bisschen asiatisch und ein bisschen freundlich. Hinten dann eher das sportliche, breite, so mit dem weit nach hinten gezogenen Dachkantenspoiler, der zwar optisch cool ausschaut, sorgt aber dafür, dass so ungefähr 50% der Fläche hier einfach automatisch verschmutzen und selbst durch die Waschstraße nicht sauber werden. Ob einem das gefällt, weiß ich nicht. Dürft ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben, ob das für euch ein Problem wäre, dass man da so ein bisschen mehr Dreck sieht. Ansonsten haben wir hier schwarz hochglänzend die Heckklappe mit einem zweigeteilten Rücklicht, was aber hier nur so einen kleinen Strahler oder quasi so eine Lichtleiste kurz einsetzt. Also Design-Element eingeplant. Ansonsten sehe ich hier wirklich einfach nur eine schlichte Stoßfängerpartie. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, wir schauen jetzt einfach direkt in den Kofferraum hinein, wie viel Platz wir denn eigentlich im Kofferraum haben. Die Heckklappe öffnet manuell bei einem Griff auf das Logo, wie wir es bei Volkswagen kennen. Und dahinter befindet sich auch die Rückfahrkamera, gut aufgelöst, Spritzwasser und Dreck geschützt. Der Kofferraum ist großzügig bemessen mit 385 Liter. Entspricht so ungefähr dem normalen Kompaktmaß, ein bisschen kleiner als der VW Golf. Was allerdings etwas schlechter als beim Golf ist, ist die Ladekantenhöhe. Die ist hier sehr hoch, also knapp unterhalb der Hüfte. Das heißt also hier, die Ladekante ist auch nicht geschützt. Die wird wahrscheinlich den einen oder anderen Kratzer erleiden. Dann aber haben wir einen doppelten Laderaumboden hier drinnen, der jetzt aber kein spezielles Fach für das Ladekabel ermöglicht. Das finde ich ein bisschen schade, dass Volkswagen hier kein wirkliches Fach gefunden hat, um das Ladekabel uns schöner zu verpacken als eben in so einem Säckchen. Wenn man schon ein Elektroauto baut, sollte man dafür eigentlich auch den Platz irgendwie einplanen in meinen Augen. Eingeplant ist allerdings so ein bisschen das Thema Stauraum. Da haben wir an der Seite rechts und links jeweils ein kleines Fächlein. Da passt zum Beispiel eine Flasche rein. Wir haben auch einen 12 Volt Bordanschluss und einen Taschenhaken links und einen Taschenhaken rechts. Die Rücksitzlehne ist im Verhältnis ein Drittel, zwei Drittel umlegbar und eine Durchreiche gibt es in der Mitte ebenfalls. Und wenn wir dann die Rücksitzlehnen einmal komplett umlegen, ergibt sich ein maximales Laderaumvolumen von 1160 Litern, das auch eigentlich eher nur ein normaler Durchschnitt ist, wenn wir den Dach hochbauen. Aber wir haben auch eine leicht zu vorderen Sitzen ansteigende Ladefläche und das ist ein bisschen schade, dass man das auch nicht irgendwie schöner hingebracht hat, dass die eben eben ist. Gut, ich setze mich auf die Rücksitzbank und ihr kommt einmal rum. Die Sitzprobe hinten besteht der ID.3 richtig gut, denn wie wir sehen, mehr als genügend Kniefreiheit zu meinem imaginären Ich vor mir, der ebenfalls dann 178 groß ist. Kopffreiheit habe ich hier auch genügend, also hier hat man sogar noch so ein bisschen ausgeformt die Dachlinie, dass man da wirklich den Kopf auch wirklich schön ausstrecken kann. Die Kopfstütze geht ausreichend weit hinaus, bietet auch die Lehne eine schöne Neigung, dass man wirklich angenehm hier in dem Auto sitzt. Es ist auf alle Fälle im Innenraum mehr Platz als im Golf. Das merkt man, naja gut, dieses versprochene Mittelklasse-Masters Passat würde ich jetzt einfach mal nicht so sehen, aber nichtsdestotrotz, die Platzverhältnisse sind gut. Wir haben große Fensterflächen, da können Kinder toll rausschauen. Wir haben hier Haltegriffe, sowohl hier hinten als auch vorne jeweils einen Haltegriff. Wir haben eine Türkonsole, die, naja, genau da bekommt er jetzt zum ersten Mal wirklich ein bisschen Prügel, das muss man sagen. Das sind schon sehr hart Kunststoffe, die auch einfach eher ein bisschen einen leicht speckigen Eindruck von der Farbgebung machen und auch wirklich, ja, sehr schlicht einfach auch gemacht sind. Das ist man einfach von Volkswagen besser gewöhnt und dann natürlich auch im Premium-Segment, wo sich Volkswagen ja tummeln möchte. Premium dagegen, die Polsterung einwandfrei gemacht, schaut gut aus. Auch das Hellgrau, was hier verbaut ist, ist ordentlich gemacht. Die Sitzauflage ist groß genug. Ich sitze auch vor einer anständigen Form mit den Beinen, nicht zu angewinkelt. Cool gelöst vor allem auch, so kleine Details wie die Taschen hier unter anderem, wo das Smartphone zum Beispiel seinen Platz findet. Und dann auch noch eine Sitztasche, wo das Tablet wunderbar reinpasst. Und dann natürlich müssen sie auch mit Strom versorgt werden, die ganzen Geräte. Dazu stehen zwei USB-C-Anschlüsse bereit. Ein bisschen schade ist, einen Luftausströmer gibt es hier nicht mehr. Dafür gibt es aber eben eine Mittelarmlehne mit zwei Cup-Holdern, die auch großzügig bemessen ist, sodass auch die beiden äußeren Personen jeweils genügend Platz für ihren Arm finden. Sollten Kinder mitreisen, dann haben wir eben hier Isofix. Und zwar nicht einfach nur hinter einer Kappe, sondern hinter einer Klappe. Die sind gut ausgeschnitten und da kommt der Kindersitz auch wunderbar einfach rein und wieder raus. Ich gehe jetzt auch raus und setze mich nach vorne und wir sehen uns gleich. Die beste Sitzposition hier im ID.3 ist natürlich hinter dem Drei-Speichen-Lederlenkrad. Ich sitze hier auf ergo-aktiven Sitzen. Die sind wunderbar toll ausgeformt, bieten auch einen tollen Seitenhalt, eine ausziehbare Schenkelauflage. Dann auch die Polsterung, wie gesagt, straff und auch genau so, wie man sie sogar sich für Langstrecken wünscht. Hier ist die Sitzverstellung auch optional elektrisch umgesetzt. Wir haben auch eine elektrische Lordosenstütze mit Massagefunktion. Also wirklich alles für den Sitzkomfort bestmöglich umgesetzt. Platz habe ich auch unter diesem Glasdach genügend. Ich kann das Lenkrad inklusive dem Display dahinter in Höhe und Tiefe verstellen. Das Display ist fest auf der Lenksäule verbunden. Dann gibt es noch eine Armlehne für jeden Sitz vorne. Individuell, auch in der Höhe einstellbar. Das ist auch in Ordnung. Ein bisschen schmal sind sie, gerade wenn man dann hier so den Arm ein bisschen hat, dann rutscht der gerne mal so ein bisschen runter. Also so ganz ideal finde ich diese Armlehnen direkt am Sitz nicht. Aber das liegt auch daran, das habe ich auch in meinem Privatwagen und da finde ich es auch nicht ganz so positiv. Aber positiv sollte ja der Innenraum sein und den schauen wir uns jetzt einfach mal in Ruhe an. Sehr nüchtern gehalten die Innenraumgestaltung hier im ID.3. Alles sehr funktional und reduziert, vor allem was die Bedieneinheiten oder Bedienknöpfe angeht. Alles nur noch auf Touchflächen ausgerichtet. Dafür habe ich ja schon die eine oder andere Kritik beim Golf 8 geübt, dass ich jetzt kein so Freund von so viel Touch bin. Auch nicht der wirkliche Freund von Schwarz-Hochglanz-Elementen, die wir hier zu Genüge haben. Was die Materialien angeht, muss man einmal wirklich sagen, ja, sie entsprechen nicht dem aktuellen Volkswagen-Standard. Sie wirken einfach etwas zu robust, zu schlicht, aber in meinen Augen, sie sind trotzdem einwandfrei verarbeitet. Das sollte man trotzdem erwähnen. Wenn wir jetzt hier rumfahren, es knarzt nichts, es klappert nichts. Es ist halt einfach ein optischer Mangel, der hier einfach besteht. Aber den hat Volkswagen versprochen aufzuheben. So auch erst bei meinem letzten Pressetermin wurde da auch nochmal nachgehakt. Und es war wirklich so, Volkswagen sagt, sie wird es ändern. Aber ein großer Konzern wie Volkswagen ist halt nun mal wie so ein Kreuzfahrtschiff. Das drehst du nicht in ein paar Sekunden um und da passiert halt auch nicht so viel in so kurzer Zeit. Bei der nächsten Modellpflege wird hier sich wahrscheinlich aber dennoch was tun. So viel dazu. Gehen wir also in die Bedienung hinein. Wir haben die Lichtinsel auf der linken Seite, die kennen wir. Hier, dann haben wir aber das 5,3 Zoll große digitale Display hier hinter dem Lenkrad. Das ist wie schon erwähnt eben fest mit der Lenksäule verbunden, sodass der Blick immer gleich auf dieses Display fällt. Wir können das über der Multifunktionslenkrad hier in der Ansicht ein wenig verändern. Viel Möglichkeiten gibt es nicht. Wir können da auch nicht im Bordcomputer rumblättern oder ähnliches. Dafür gibt es ein Head-Up Display optional inklusive Augmented Reality. Das ist gut gelöst, dennoch aber vielleicht ein bisschen zu schwach von der Lichtausbeute, gerade was die Augmented Reality Informationen angeht in meinen Augen. Dann beim Multifunktionslenkrad sehen wir ebenfalls hier wieder schwarz hochglänzend diese touchsensiblen Flächen, die aber so eine Drück-, also eine Response geben, wenn man denn da drauf drückt. Ja, man kommt damit zurecht. Sie schauen aber relativ schnell wieder etwas schmuddelig aus, da man eben immer mal, gerade bei wärmeren Temperaturen, doch mal ein bisschen schwitzige Hände hat und dann schaut das einfach ein bisschen unschön aus. Dafür aber sehr feines Glattleder am Lenkrad. Das, wo man die ganze Zeit auch die Hände dran hat. Also da haptisch wirklich einwandfrei. Die Bedieneinheiten kennen wir auch für Blinker und Wischer. Dahinter ist der Fahrwählhebel für die Fahrstufen. Entweder D oder B, also dem Brake-Modus oder in Neutral oder rückwärts. Einfach die Bremse drücken und den jeweiligen Schalter hier nutzen. P, einfach hier an der Seite drücken und schon läuft das Ganze. Übrigens, wir brauchen keinen Schlüssel mehr irgendwo hinzulegen, den haben wir einfach in der Tasche. Und dann gibt es zwar hier noch einen Startknopf, den müssen wir aber nicht mehr betätigen, sondern einfach nur noch die Bremse und die Fahrstufe einlegen. In der Mittelkonsole erwartet uns dann ein 10 Zoll großes Infotainment-System. Das ist so, es gibt hier nur das 10 Zoll Display. Im ID.4, im großen Bruder, gibt es dann auch ein 12 Zoll Display optional. Den Slider kennen wir auch hinlänglich. In meinen Augen immer noch ein großer Kritikpunkt, dass er nicht beleuchtet ist in der Nacht, sodass die Bedienung nicht wirklich intuitiv ist. Die Bedienung intuitiv ist sie allerdings hier am Display mit Touch. Ich finde, das ist ein sehr schöner Startbildschirm, sehr aufgeräumte Kacheln hier und auch wirklich gut verständlich, wie man was bedient. Hier runter haben wir dann noch Direktwahl-Tasten, zum Beispiel für das Klimamenü. Da können wir dann wirklich die Klimaanlage einschalten. Und mit dem Smart Climate können wir uns bestimmte Bereiche oder vordefinierte Belüftungs- und Heizelemente aufrufen, wie zum Beispiel Füße wärmen oder eben die Füße zum Beispiel kühlen. So, dann machen wir das Ganze aus, dass es nicht so weit so laut ist. Den Warnblink-Taster haben wir hier in der Mitte. Ist auch gut untergebracht, findet man sehr leicht. Dann auf die Assistenzsysteme können wir auch hier über die Touch-Flächen zugreifen, wenn uns das System dies zulässt. Da sind wir nämlich dann schon auch beim Thema Software. Software, es reagiert teilweise eben nur schwach, beziehungsweise, wenn natürlich die Zündung nur an ist, ist auch klar, braucht es dennoch immer mal wieder so ein bisschen Zeit, bis das System arbeitet. Abstürze habe ich aber diesmal keine gehabt. Also man ist da wohl auch dran und kriegt es auch immer mehr in den Griff, wie ich finde. Wie gesagt, die Fahrmodi haben wir hier. Eco, Komfort, Sport und Individual. Wenn ihr die dynamischen Dämpfer nehmt, also die adaptiven Dämpfer-Systeme, dann könnt ihr die einstellen. Darunter die Lüftungsdüsen zu. Macht ihr die ganz einfach in die Mitte beide hineinschieben, dann sind die Lüftungsausströmer hier zu. So auch an der Seite, die werden nach innen rein geschoben und dann ist Ruhe. Wir haben hier eine Lichtleiste unten drinnen für die Ambientebeleuchtung. Die könnt ihr dann auch noch wählen. Dann haben wir hier noch so ein kleines, ja, so ein kleines Fechlein. Da könnt ihr zum Beispiel auch euer Smartphone zum Beispiel reinlegen, wenn ihr das braucht. Oder zum Beispiel die Ladekarten passen da ganz gut rein. Zwei Cup-Holder haben wir hier. Dann auch eine Ablage hier und darunter die Induktiv-Ladefläche für das Smartphone, was wir dann nutzen können. Und dann kommen wir hier in den großen Bereich. Da sehen wir zwei USB-C-Anschlüsse. Deswegen hier auch einen Adapter. Zur Stromversorgung, diesen Trainer können wir auch wunderbar hinausnehmen und ihn dann einfach woanders platzieren. Wenn wir denn für einfach mehr Platz benötigen, kommen wir irgendwo an, können wir das Ganze blickdicht abschließen mit einem Rollo und dann ist das auch alles sauber verstaut und aufgeräumt. Und wenn wir schon so aufgeräumt sind, dann lege ich jetzt den Gurt an und wir fahren. See you then. Das war's für heute. Ruhig gleitet der ID.3 dahin. So ein bisschen Fahrgeräusch kann man hören. Das ist so ein künstlich erzeugter Sound, den wir haben. Wir können ihn aber auch nicht deaktivieren. Ansonsten sind nämlich die Fahrgeräusche hier wirklich hervorragend gedämmt. Windgeräusche bleiben komplett draußen, auch auf der Autobahn bei Höchstgeschwindigkeit von 160 kmh. Da hört man da eigentlich kaum Verwirbelungen oder ähnliches. Ja, die Reifen von den Abrollgeräuschen der 20 Zoll Räder, okay, auf schlechten Straßen hört man sie dann doch etwas präsenter. Ist der Bodenbelag gut, dann sind die Abrollgeräusche kaum vorhanden. Sehr schön auch das Fahrwerk. Wir haben da eine straffe Grundabstemmung zwar hier im ID.3, aber nehmt ihr die adaptiven Dämpfer, dann könnt ihr euch das Fahrwerk individuell zusammenkonfigurieren. Und dann sprechen die Feder- und Dämpferelemente sehr feinfühlig an und der Komfort ist trotz 20 Zoll Bereifung erstaunlich gut. Die Performance, weil wir ja den ID.3 Pro Performance schließlich fahren, ist auch wirklich gut. Wir haben 150 kW, in dem Fall mit dem Performance-Paket und 310 Newtonmeter bietet der Elektromotor uns an. Das sorgt dann für einen Sprint von 0 auf 100 in 7,3 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt, wie schon erwähnt, bei elektronisch begrenzten 160 kmh. Der ID.3 ist übrigens knapp über 1,8 Tonnen schwer in unserer Konfiguration. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer für so ein Kompaktfahrzeug. Merkt man aber auf der Straße nicht. Denn der tiefe Schwerpunkt durch die schwere 58 kWh netto fassende Batterie sorgt dafür, dass der Wagen richtig gut auf der Straße liegt. Und jetzt Ortsausgang bergauf. Da schiebt der Motor schon richtig gut an. Und das macht auch Spaß. Anbremsen mit der Rekuperationsstufe B. Da brauche ich gar nicht das Bremspedal drücken. Und dann kommen wir hier in die Kurve. Neutral liegt er drinnen. Und der Heckantrieb, der Motor, hier sitzt der hinten und treibt auch hinten an, schiebt uns wunderbar aus der Kurve raus. Wenn wir da drauf drücken, Traktionsprobleme kennt der ID.3 höchstens bei Nässe und einem etwas ungestümen Gasfuß, Entschuldigung, Fahrpedalfuß. Ich muss sagen, Volkswagen hat hier ein sehr gutes Gesamtpaket fahrwerkstechnisch und antriebstechnisch auf die Räder hier gestellt mit dem ID.3. Das wirkt schon alles wirklich fein abgestimmt und bis ins letzte Detail auch zu Ende entwickelt. Alle Achtung, dafür dicker Daumen nach oben von meiner Seite. Was ich natürlich vergessen habe, ist das Thema Laden. Wir können maximal bis zu 120 kW an einem Schnelllader ziehen. Da hat man schon per Software-Update gerade ein bisschen aufgebessert, denn das waren vorher ja nur 100 kW maximale Ladeleistung. Der hat auch noch den Stand von 100 kW, den ich auch nur maximal ziehen konnte an einem Schnelllader. Dennoch, in 30 Minuten von 20 auf 80% waren kein Problem. Angegeben ist er mit der neuen Ladeleistung von 5 bis 80% in 35 Minuten. Das sollte er auch schaffen. Der Verbrauch bei normaler Fahrweise hier und bei frühlingshaften Temperaturen um die 20 Grad plus minus, wie ich ihn jetzt hatte, während der 14 Tage lag ich bei rund 18 kWh auf 100 km, bin aber dann auch viel, ja, sehr spaßig unterwegs gewesen. Das muss ich sagen. Wenn ihr wissen wollt, was der normale Alltagsverbrauch ist, schaut ins Verbrauchsvideo hinein. Da könnt ihr dann sehen, wie weit wir dann mit der Akkubatterie in der Praxis gekommen sind und vor allem auch, was der Praxisverbrauch auf unserer Verbrauchshunde war. Und dann sind sie zum Beispiel die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit. Und dann haben wir dann die Aufmerksamkeit. Und dann gehen die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit. der id 3 ist ein verdammt gutes elektroauto geworden sind wir doch mal ehrlich er kann angenehm schnell laden er hat eine großzügige batterie mit der wir reichweiten von über 300 kilometer problemlos ermöglichen wir haben genügend platz im innenraum dass man selbst mit der familie mal von a nach b kommt ja okay beim kofferraum ja es könnte ein bisschen größer sein das ist richtig aber für familien wird sich ja wahrscheinlich dann eher der id4 prädestinieren als alltagsfahrzeug taugt der id3 auf alle fälle beim preis naja gut knapp unter 32.000 euro ist der einstieg mit pure und dem 145 150 ps leistenden motor unser pro performance kostet mindestens schon mal 37.000 euro und der testwagen wir da steht 51.165 euro ja ich weiß das ist echt viel geld 9570 euro ist die förderung die ihr dann abziehen dürft davon damit liegen wir dann immer noch bei rund 42.000 euro ja das liegt dann quasi auf dem preisniveau wo halt auch ein golf 1.5 tsi mit sehr guter ausstattung ohne rabatte liegt die elektromobilität ist weiterhin etwas teures das muss man ganz klar sagen aber in der form macht sie spaß denn der antrieb vermittelt spaß weil er genügend kraft hat ich habe genügend reichweite um damit wie gesagt von a nach b zu kommen im alltag und das auch im winter dank wärmepumpe die verfügbar ist hier in meinen augen hat volkswagen es geschafft den golf in die elektromobilität zu transferieren er kann alles wirklich gut und eigentlich nichts wesentlich schlecht wenn volkswagen jetzt noch die software fein entwickelt und die materialien auf hübsch dann steht dem erfolg des id3 in meinen augen nichts mehr entgegen und dann kann man auch getrost selbstbewusst gegen tesla antreten jetzt seid ihr aber dran eure meinung zum id3 schreibt sie unten in die kommentare schön dass ihr reingeklickt habt hier zu einem video bei ubi testet ich sag tschüss und servus und spreche noch mal kurz mit dem forsch euer ubi